So, hey hallo, herzlich willkommen hier bei Zipi's Circle, zumindest 6, so live angezockt, so, ähm, ja, diesmal mit Level, äh, ja, weiß ich gar nicht, äh, 8, 9, 10, so, äh, ja, ähm, ja, gibt vier Teile davon bis jetzt hin, also Level 1, Level 2 sind ein Spiel, dann Level 3 und Level 4 sind ein Spiel, dann Level 5 bis und 6 und 7 sind ein Spiel und dann jetzt hier 8, 9 und 10 sind ein Spiel, so, und, ähm, ja, jetzt gibt mir hier noch halb 11, das ist nur eine Werbung quasi, ähm, ja, einzelne Teile, manchmal nur 1, manchmal nur 2 Levels, manchmal 3, so, man kriegt aber bei jedem immer Platinum, kostet immer nur 1 Euro, deswegen find ich das cool und, äh, ist immer abhängigreich, immer hier, wie man sieht, immer was anderes, deswegen wollt ich auch noch haben, weil es Spaß macht, man kriegt doch schnell Platinum, deswegen, und, ähm, ja, das ist in anstrengend, und, ähm, ja, ich schade einfach mal, da, genug gelabert, so, erst gesagt, ich weiß selber nicht, man zitiert, äh, für Levels sind, erst mal, äh, wahrscheinlich wird es hier und durchgezockt, sind nur zwei Levels, wahrscheinlich dauert 10 Minuten hier, komplette Spiel, also, na, okay, meine Meinung nach hätten sie auch alle Teile, wo jetzt, äh, vier Teile sind, jetzt im Moment, also, zehn Levels, die aufgeteilt, ähm, ja, hätten sie so zusammen machen können, als ein Spiel, na, okay, also, hat man, ähm, ja, vier, vier Euro, viermal Platinum, ja, warum nicht, so, hier steht auch mal, was man machen muss, find ich, okay, in Rescue, und, ähm, und, ähm, und dann hier finde ich, bevor, also, Teil mal, alles klar, damit man, äh, man braucht doch immer hier, nach jedem Level, quasi, ähm, Trophäen kriegt man genug, aber bloß man müsste hier quasi über jeden Level hier so eine Medaille kriegen, und erst dann ist es richtig abgeschlossen, so, wenn nicht, man kann es ja später nur nachmachen, gut, ich weiß es kann jetzt, wohin, ich glaube, wir mal, hier ist hier sowas wie so ein Labyrinth, ist dann nicht immer zweieinhalb D, 2D, 3D, ist immer unterschiedlich, Wasserlevels kamen auch schon vor, dann über so Sachen springen, so ein Kram, immer abwechslreich, aber wie gesagt, hier ist jetzt, ähm, so ein, zwei Abschnitte vielleicht, wenn überhaupt, oder ist direkt schon komplett der eine Level, ja, muss man erst mal wissen, wohin, ja, ja, cool, wenn man es weiß, ja, weiß ich nicht, wohin, wahrscheinlich gibt es hier irgendwo so einen, na, so einen Ausgang, oder sowas, ah, da ist schon einer, man wartet, ich glaube, wie kann ich die denn, wahrscheinlich mit irgendeinem Schalter, oder sowas, ja, klar, beim nächsten Mal weiß man schneller, wie es geht, so, auf jeden Fall weiß man, es ist noch schon mal im richtigen Weg, so ungefähr, drei Weges, ja, auch nett, irgendwo muss hier ein Schalter oder irgendwas sein, kann ja nicht einfach hier von, ähm, einfach hier durchgehen, ja, geht auch hier durch, naja, muss man wohl irgendwo, irgendwann, irgendwann finden, ja, jetzt bin ich nicht schon von der Zeit hier, auch schon zu schlecht, ja, wo sind hier ein Schalter, ehrlich, naja, abends, wie gesagt, hier sind so so Lagerinddinger, dann will ich nicht rumspringen, so weiter, das ist abwechslungsreich, okay, gut, hier ist hier das Labyrinth, ist nicht gerade jetzt hier, äh, mein Fall, es gibt auch keine Karte, hm, komisch merkwürdig, ah, Schlüssel, ah, so, verdammt scheiß, so, wenn ich sie jetzt zurück, so, ja, gut, in der Zeit, ähm, wo man die Medaille kriegt, pack ich nicht halt nicht, das ist mir egal, so, vor allem, was sind da vier Sekunden, äh, man, Lichtgeschwindigkeitssekunden, alles klar, gut, ja doch, ja, Lichtgeschwindigkeit hier, so, so, und dann, ja, komm, jetzt gehen wir hier auf, so, jetzt müsste er auch richtig sein, so, alles klar, so, kommt die Täter, also das erste, ja, das erste Level hier, das ist gepackt, so, alles klar, komm, ich müsste es ja nochmal machen, für eine bestimmte Zeit, aber jetzt weiß man so ungefähr der Weg, obwohl ich hab wirklich schon fast vergessen, ne, so, jetzt kommt jetzt hier, ähm, ja, Level 9, und dann Level 10, und dann ist das quasi, ein komplettes Spiel ist durchgepackt, wie gesagt, jetzt, besser mal alle Teile in einen Teil machen sollen, dann gibt er nur ein Platin, so kriegt man ja drei, vier, fünf Mal Platin, je nachdem, ich glaube, ein anderer, ähm, anderes Spiel von der Serie, von der Truppe, die da so Spiele macht, da waren auch, äh, fünf Teile, ähm, als ein Spiel, na, ja, war schon fünf Mal Platin, na, warum nicht, na, Spaß, aber abwechslungsreich, ja, bis hier, ja, hm, ein bisschen was, ach, ich muss sogar springen, also, ja, aber warum nicht, so, besser wollt ihr auch alle auch mit, dann ist man immer schneller, mal Trophäen, ja, Trophäen, ja, wir haben immer Trophäen, so, cool, ja, da ist gleich noch Ruhe, ja, erster Abschnitt, Oleg, super 3D, ich guck's, Oleg, loscht der Fernseh, Oleg, voll in my face, da kommt die Level 9, ja, alles klar, gut, ja, gut, ja, ja, je nachdem, wahrscheinlich, ähm, Pet Mani noch was, ähm, noch einsam, ich hab wahrscheinlich einen Ring oder irgendwas vergessen, ah ja, egal, was soll's, ganz schnell nachgucken, da war Level 9, alles klar, ja, paar Sekundis, hm, naja, es wäre Level 10, dann, dann war halt, dann war halt das mit dem Geschehen, naja, so was geht mir ab, so immer, dass immer was anderes ist, je nachdem, ja, kommt's hier, so, ja, jetzt Level 10, das ist der Endes Level, und, ähm, ja, mit der Zeit halt, unter 350, ähm, ja, was ist hier, so, ja, okay, gut, diesmal sind es hier nur Labyrinth, Labyrinth, äh, gut, ja, ping, 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 okay, okay, mit Labyrinth, naja, das sind so meins, oh ja, da muss man schon aufpassen, hier, ja, mal, mal, anstößen hier noch cool, hoch und runter, ping, aber, jetzt, jetzt nervt es schon, je nachdem, wenn man irgendwo rein will, hoffentlich auch der richtige Weg, Junge, okay, wahrscheinlich erster Abschnitt, manchmal kommen da so ein, zwei Abschnitte oder so, drei, hoffentlich bin ich schon richtig hier, aber sieht doch ganz cool aus, also, ja, auch nicht, ähm, ja, oder, ne, wahrscheinlich nicht, ja, mir auch nicht, hä, da war ihm war ihm schon was ein gott gehen wir mal da kurz da kommen so jetzt stört an anstoßen kommen im schnitt rechtzeitig ins ziel wir sind ja auch schon hier falsch so was ja wie gesagt erst mal kann auch schon weiß auch die es sind ja jetzt geht es ja dann ja jetzt nervt es schon mit dem dass wir überall irgendwo gegen kommt ja ich war ihm richtig und jetzt nicht viel shit mir falsch ja und runter muss man irgendwo man hier jetzt nicht erst hier ist mir übergehen kommt ihn fand ich noch cool so ist hier daneben hier rein so gott verdammt doch nicht so jetzt hier hoch gott verdammt scheiß irgendwann kennt man halt den weg auswendig na na ist da ok das war jetzt level 10 wir gehen mit dem trophäe her war ich zu langsam aber doch ja noch eine ich war trotzdem zu langsam sie muss man die nummer machen bis man da so eine medaille kriegt so jetzt kommt hier noch werbung für das nächste level 11 ja also ruhig machen dann kriegt man jedes spiel mal platinum ein bisschen anstrengung wie lange hat das hier gedauert zehn minuten aber für das erste mal und sind hier ist es locker 60 prozent jetzt noch fehlen cool 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 zippie cool zippie ok here i go cool cool dünn dünn tach tach so ahja so wie man sieht alles cool so naja wahrscheinlich kommt dann noch ein teil raus das ist keine ahnung da kann ich mir hoch wie gesagt für ein euro man kriegt so schnell platin ähm daumen hoch auf den stadt gefallen und dann wartet ihr mit dem spiel und ja mal gucken was ich sonst noch für neue spiele hab so ja euch noch einen schönen Abend dann wartet ihr mit dann bis zum nächsten mal wieder tschüssi bis dann dann Eva be Bis zum nächsten Mal.